Stars, Sternchen und viel Glamour. Isisip Paris, Mbappé, Messi, Neymar und wie sie alle heißen, die großen Namen in der französischen Hauptstadt. Einer würde gerne mitmischen im Konzert der Großen, spielt aber meist nur die zweite Geige. Julian Draxler. Neuer Trainer, neues Glück. Mitnichten, es folgte die wohl größte Demütigung seiner Karriere. Mit großen Ambitionen verließ Julian Draxler im Januar 2017 den VfL Wolfsburg in Richtung Paris Saint-Germain. Zusammen mit der Ablöse, die Schalke damals vom VfL kassiert hatte, avancierte er so zu einem der teuersten deutschen Profis der Geschichte. Der rasante Aufstieg und die hohen Summen ließen aufhorchen, eine Traumkarriere schien vorgezeichnet. Immerhin hatte der junge Draxler 2014 bereits auf dem Fußball-Olymp gestanden. In Rio wurde er mit Deutschland Weltmeister. Und auch nach seinem Wechsel in die Ligue 1 ging es für den Nationalspieler weiter bergauf. Ein halbes Jahr später führte er eine deutsche Nachwuchself als Spieler des Turniers zum Konfert-Cup-Titel. Und seitdem? Sein Trophäenschrank ist voll. PSG hat mit wenigen Ausnahmen seit Jahren ein Abo auf alle französischen Titel. Das Problem? Draxler spielte immer nur eine Nebenrolle. Erst standen Spieler wie Cavani und Di Maria im Fokus, später dann Neymar und Mbappé. Doch der Gladbäcker wollte sich in Paris beweisen. Sogar als der FC Bayern ihn im Sommer 2021 holen wollte, verlängerte er lieber seinen Vertrag bis 2024. Der Grund? Trainer Mauricio Pochettino hatte ihn in beiden Champions-League-Viertelfinalspielen gegen die Bayern in die Startelf beordert. Draxler war davon überzeugt, sich durchbeißen zu können. Tja, doch erst wechselte ein gewisser Lionel Messi in den Parc des Princes. Im Sommer darauf entschied sich Kylian Mbappé dann doch gegen Real und dafür, in Paris zu bleiben. Und am schlimmsten für Draxler? Pochettino ist bei PSG mittlerweile Geschichte. Der neue starke Mann an der Seine heißt Christophe Galtier und der ist kein Fan von Draxler. L'Equipe berichtet, dass der offensive Mittelfeldspieler wie neun andere Stars auf Galtiers Streichliste steht. Und um das klar zu machen, strich PSG Draxler einfach von der Japanreise mit dem Team. Die Demütigung war komplett, als er zusammen mit Tilo Kera und Gini Wijnaldum zum Training mit dem Nachwuchs geschickt wurde. Momentan also Trainingsgruppe 2 für den Deutschen, der einen Ausweg sucht. Doch die Gerüchteküche kocht nicht gerade über. Von einem losen Interesse der AC Milan wurde berichtet, eine offizielle Anfrage gab es nie. Nun gelten der FC Sevilla und Newcastle United als interessiert. Für Draxler, der einst als kommender Superstar galt, also eher ein Rückschritt. Aber im Hinblick auf Spielzeit und die kommende WM vielleicht genau das Richtige. Nach seinem bislang letzten Länderspiel sagte Draxler, Ich muss mehr Spielpraxis haben Richtung WM. Im Sommer wird man sehen, was passiert. PSG zu verlassen wäre zumindest vorerst der Abschied von der ganz großen Bühne. Nur, lieber eine kleinere Bühne als gar keine. Und jetzt seid ihr wieder dran. Was würdet ihr Draxler raten? Sollte er sich bei PSG versuchen oder doch lieber das Weite suchen? Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.